Wir haben eine neue Filiale in Torino. Wir bieten hier Ersatzteile für klassische englische Fahrzeuge und für einige klassische Fiat-Modelle. Wir haben auch Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und alles, was der Freund klassischer Fahrzeuge, Autos und Motorräder benötigt. Die Fiat-Modelle ist in Lingotto, nahe dem Museum National des Automobiles und der alten Fiat-Fabrik. Das Geschäft befindet sich in Lingotto in direkter Nachbarschaft zum Museum National des Automobiles und der alten Fiat-Fabrik. Von der Fiat-Fabrik aus erreichen Sie unser Geschäft in fünf Minuten über die Fußgängerbrücke gegenüber des olympischen Dorfes Villaggio-Olympico. Okay, schön, dass Sie reingeguckt haben. Wir freuen uns natürlich, Sie hier in Turin begrüßen zu dürfen. Sonst freuen wir uns über Ihr Like, über Ihr Abonnement und wenn wir nächste Woche wieder mit dabei sind. Danke, tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.